Wir versuchen den Ersatz aufzutreiben, aber wir werden ziemlich sicher durchziehen, weil man die Deadlining nachkennt, aber es wird sehr wahrscheinlich später stattfinden. Verräuchst du es? Ja, das ist schon lange. Wann das grüßt? Oh, die letzte Kiste schaut an. Es ist anstrengend. Die Schweiss läuft. Ui, 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 ja. Warte, das ist schon geil. Draum hier oben. Mega. Heute ist es soweit, Shooting Day für die Frühlingskampagne 2021. Wir sind gerade hier im Wald und drehen heute alle Szenen, die im Wald werden abspielen, sind gleich noch am aufbauen. Jungs, ich lief es. Das ist extrem stressig. Gerade am Sandwich essen. Was ist das? Pizza. Pizzaplausch im Wald. Also wir sind jetzt hier mit all unserem Equipment. Aber es fehlt noch etwas. Hier hinten in den Bäumen hängen wir jetzt Kleider auf. Ich möchte noch etwas beschmücken. Unser Ziel für die Waldszene ist, an jedem Baum ein paar Produkte zu senken, die symbolisieren, dass dieser Baum durch Knickenprodukte wachsen kann. Jetzt sind wir gerade noch am Aufbauen, am Vorbereiten. In einer Stunde kommen dann Models, die wir noch abholen gehen. Und jetzt sind wir gerade hier am Kleidung aufhängen. Kannst du das? Perfekt. Sieht mega nice aus. Also, es ist geschafft. Alle Kleidung sind aufgehängt. Jetzt gehen wir zurück zum Office. Gehen die Models abholen. Bringen die noch in die Maske. Und dann shooten wir mit Let's Go. So, jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Endlich. Hier hinten haben wir den David. Mit ihm machen wir jetzt die erste Szene. Ich glaube, er ist jetzt gerade bei der Maske. Und genau. Schaut euch das mal an. Ultraneis-Aufschluss. Das ist jetzt wirklich Einziger. Das ist im Wald. Der Fokus filmen. Go for it. Und dann sieht man einen Shot von hinten, also hinter euch. Und David ist dann schon wieder auf dem Boden und zieht den Nick. Steh ich da hinten? Bin ich im Bild? Also die Maske ist durch. Jetzt sind sie noch an die Szene einstellen. Licht aufstellen. Aber jetzt haben wir es gehört, die erste Kamera läuft. Jetzt beginnen wir mit dem Shoot. Und drehen die erste Szene. Machen wir noch einen? Guten Bell, JASON WERDERS 240 Wem aus dem Nesen, drehen die balancing nicht denn? Aber dann candles und billig für die Rung. Aber jetzt haben wir das gespannt. Wollen wir uns auch mal sehen. Luka ist bequem? Kammer. Ja? Mach mal probieren. Ja genau, ja genau. König der Löwen, Fahrt 2. Luka mach mal probieren. Luka mach mal probieren. Kannst du nicht, Kammer, rechts? Und bitte. Natalia am Plakatshooting. I'm your one and a light. Die Sonne ist am Untergrund, der Tag nimmt langsam ein Ende. Die Jungs sind jetzt gerade noch der letzte Take am Filmen. Das letzte Licht am Einfangen. Und dann werden wir den abbauen. Können wir noch ein bisschen mit den Lins kommen? Oh! Anna, bist du nicht am Filmen? Wie ist die Stimmung? Die Stimmung ist on top noch nie so gut gewesen. Es ist gerade der Peak erreicht. Am Anfang geht's bergab. Ja, die Reihe war doch schwierig. Kannst du dich bitte abstellen? Wir sind am Hut rum. Hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Hast du gehört? Ich hab's gehört gehabt. Ah, da geht's im Liefen? Ja! Was haben wir da? Ein paar Haare vom Rumpelstein. Jetzt wird nicht genug. Im Linsenburger Wald. Ein Andenken an den Schult. Durch's aufbewahren, gell? Das ist doch so eine Verkaut, Kollege. Ah, wirklich? Ja, ja. Das ist noch schön. Also, das wäre jetzt 300 Franken mehr gewesen. Aber ich finde es wert. Können wir ein paar Gucci kaufen? Ja, ja. Bis ruhig. Am Schnee. Einen Gucci leisten, Mann. Nicky. Für jedes verkaufte Produkt wird ein Baum gepflanzt. Yeah! Ja! So, jetzt haben wir den Shooting Day gemacht im Wald. Ist sehr gut gelaufen. Wir sind gespannt. Und jetzt erwarten wir morgen nochmal einen haffigen Tag. Und da drehen wir aber nicht im Wald, sondern da im Office. Ja, hier vor mir. Und der Ivan auch. Genauso wie der LaRue. Ja, ich zeige. G하다 neRoich. Michael kommt es. skinarbeitionelle. Darb warst,inn.